So, jetzt schauen wir mal Da hätten wir eh schon was, da gibt es eine Bonus-Orden Es scheint aber auch ein sehr großes Gebiet zu sein, bin ich gespannt was das ist Da werden wir das Moped schnappen und mit dem heruntergasen Munition glaube ich habe eh, oder? Bin ich voll? Geh schon mal vor Auf rot, kann man ein bisschen gleich durch die Botanik fahren Was brennt da eigentlich? Tourist geben wir mal einen Blick Bootcamp Santa Blanca, da ganz hinten, ok, nein, da wollen wir noch nicht hin Jetzt wollen wir mal geschwind mal rüber, ob es da irgendwas gibt, das man brauchen kann Da hat doch irgendwas geflackert, da drin enttäuscht mir das Hat mich wohl getäuscht Da brennt es nur Die Hände wie vor Was redet der eigentlich? Was... was meint er, was ich mache? Ähm... Schaut da, wie es da wieder Rufzeichen, die kommen ja auch immer wieder komischerweise Schaut da, da sind also ein Haufen da Gut, wurscht, jetzt machen wir das. Eines nach dem anderen. Aber da bleiben wir gleich zu Fuß. In die Richtung. Oh mein Gott, was ist denn da unten? Ui, diese Kiste ist da. Hier ist der Generator. Ab noch ein Tango, noch ein dritter. Ist er warm? Fingles. Wurscht, wie viel Fingles zu haben? Ist er aber an und für sich recht ausgetönt, kommt mir vor. Oder sind die alle in den Hallen drinnen? Wahrscheinlich, wenn die alle drinnen herum sitzen und warten, bis ich komme. Und dann entsprechend mir auf den Zeiger gehen. Da läuft noch einer rum. Wir sind sicher mehr. Fünf ist schon gar wenig. Ich bin ja gespannt, ob meine Drohne hier funktioniert, ob die einen Störsender haben. Störsender sehe ich da jetzt einmal keinen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Da sitzt sicher einer drinnen. Da oben ist der Orden zu holen. Da müssen wir schön langsam da einfach... Und wenn es schon geht, so was haben wir da. Ah, da ist einer. Schau auf, wo ist eine Seite, dass wir da am besten... Wo ist eine Seite, würde wir da am besten reingehen. Ah, da ist auch noch was. Schau. Na ja, da müssen wir uns den Spaß haben, glaube ich. Gut, erst einmal, wie viel Alarme haben wir da jetzt? Zwei. Das ist sicher auch da drinnen, oder? Ach Mann. Da ist sicher auch da drinnen. Oh, das ist der Scharfschütze, der wahrscheinlich da hin und her geht. Robert Starner. Ein Zivilist. Kugel leer. Den haben wir markiert. Die Frage ist, wie gehen wir das dann bestens vorher? 139 Meter. Das ist eine gute Entfernung. Das ist übrigens auch gleich eine Mission. Wir sagen, ich spiele mit dir ja gleich. So, jetzt kümmern wir uns mal zuerst um den Alarm. Der ist aus. Das sehe ich genau nicht hin auf die Elektronik. Ist auf der Rückseite. Abschuss. Den haben wir weg. Abschuss. Abschuss. Den haben wir weg. Der ist weg. Wir müssen schon drauf schießen, damit wir den Scheinwerfer vorgehen. Ausnehmen. 100 Bohr. Das schaut einmal nicht so schlecht aus. Wir machen das jetzt weiter. Den Alarm, den sehe ich nicht, weil der ist auf der Rückseite, wie es ausschaut. Okay, Positionswechsel. Mal schauen, ob wir vielleicht von der rüberen Seite was zusammenkriegen. Dass wir da die restliche Elektronik vom Alarm zerstören, beziehungsweise den Typen, der da unten im Bunker sitzt. Hier ist ein Sicario, beim Lagereingang. Ja, naja, die liegen schon. Wie schaut es da aus? Der ist da. Wo ist denn der Handy jetzt eigentlich? Wo steht er? Da ist der zweite drinnen, ha? Ja. So, der ist erledigt. Schaut schon mal nicht so schlecht aus. Wo ist es der da? Die Elektronik vom Alarm könnte da jetzt vielleicht sehen. Ich bin aber ziemlich weit unten. Muss ich aufpassen, dass ich da nicht entdeckt werde. Ich sehe niemanden. Neben der Kiste mit den Funkgeräten. Da ist schon ordentlich was los. Das Gebiet hier, wo ich unterwegs bin, ist auch schon ein bisschen ein höherer Schwierigkeitsgrad. Trotzdem alter Kontakt. Ah, verdammt, das sieht man nicht da. Ach, du bist auch noch was. Ach du Scheiße. Oh. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Und das ist ja schon da. Hallo Peter. Ja, ich zeig schon wieder allein, weil hilft mir ja keiner. Aber du darfst natürlich gerne beitreten und dann können wir das gemeinsam machen, weil da, wie man sieht, brauche ich Verstärkung. So, nachdem es gescheit ist, lass mich es gleich killen, weil so mag ich das nicht machen. Und komm, tötet mich, tötet mich. Nimm mich, nimm mich, komm, nimm mich. Nein, so geht das nicht. Das müssen wir gescheit machen. So, ja. Ich würde sagen, also die Schwierigkeit ist aufgrund der Menge, der... und herausfordern dann, dass man sich den Weg durchbahnt, Schritt für Schritt, und gehe eigentlich Wert darauf, dass es möglichst unentdeckt funktioniert. Was, wie man sieht, nicht sonderlich einfach ist. Achtung, Feindpräsenz. Aber der ist da drüben, der Norbitenten da drüben, haben wir einfach übersehen. Ich sehe einen Scharfschützen. Und diesen Scharfschützen, wir müssen dann mal entledigen. Passt auf, der hat meine Alarmsicherung. Das war nur eine von den zwei Alarmsicherungen. Den Typen werden wir jetzt gerne mal eliminieren. Du hast Angst, mitzuspielen, wenn ich streame. Wieso denn? Das sind doch lustige Videos dann. Was? Ja, was im Kopf. Was ist denn da? Da steht einer drinnen, aber ich sehe nicht richtig. Und da nicht, wo er nicht markieren könnte, wo er genau steht, ob das jetzt das Schatten ist, oder? Ich habe Angst, wenn das schießt. Verdammt. Ich habe es aber befürchtet. Ja, der Alarm geht trotzdem los. Und Peter, keine Ausreden. Geht's schon. So, muss ich. Ich bin schon wieder gescheitert. Ich hüpfe. Jetzt prüfe ich mal ernst auf Wild. Pass auf, jetzt rein. Ich versuche, dass ich den Orden hole. Was wahrscheinlich nicht klappen wird, weil einfach zu viele Gegner sind da. Oh, schießen die schon auf mich. Ah, und tot. Und tot. Da kommt doch der Hedisch oder so an. Ich verliebte ihn wieder, jawohl. Jetzt habe ich nichts hilft, dass ich mich rein. Müde ist eine faule Ausrede. Müde gibt's nicht. Also, diese Leine zu schaffen, ist eine Herausforderung. Jetzt stellt sich, das ist so für mich einfach zu doof. Das weiß ich nicht. So, was bin ich gespawnt? Da heroben. Gut, das ist eher nicht so ein schlechter Platz. Dann muss ich noch eins runtergehen. So, und dann wird die Drohne ausschirmen. Setze Drohne ein. Aufpassen, dass dein Geschütz. Da ist noch ein Tango. Tango Nummer 3. Die haben Alarm am Start. Ein Scharfschütze. Das macht 5. 5, 5 ist ja nix. Wie viel waren es vorher in 15, glaube ich, oder so? Das zeigt sich quasi um die Kamera. Auch Zivilisten unterwegs, wie es ausschaut. Aber glücklicherweise kann es Stör sein da. Wo ist denn die Fußpatrouille da eigentlich? Da geht's. So, Alarm, Alarm. Da machen wir 2, haben wir glaube ich gesagt. Gell? Ich habe hier ein Ziel mit Maschinenpistole. Oder, da ist ein, nein, da ist nix. Gebietmäßig bin ich hier unterwegs, da in San Mateo. Ich muss die Mission aber nicht machen, mir ist das wurscht. Man kann dann auch alles andere nebenbei machen. Also die Mission muss ich nicht primär spielen. Ich will nur diese Orden eigentlich da haben, aber die Mission muss ich einfach ergeben jetzt dadurch. Also weil das dasselbe Gebiet ist, aber muss nicht sein, mir ist das egal. Ich bin da sehr flexibel, was das angeht. So, jetzt schauen wir mal. Pass auf, denn. Den kriegen wir. Der ist hin. Der Dichtpanel ist hin. So, los. Wo ist denn der Handy, der nochmal da oben steht? Wo ist denn der jetzt hingelaufen? Der Sniper mag auch nicht rausschauen, da. Okay. Die Fußpatrouille, die ist da. Wie sollen die machen, die Hainis? Okay. So, die sind ja erlegt. So, jetzt muss ich noch unten einen Typen markieren, wie die Drohne, der hat einen Punkt gehockt. So, den haben wir auch. So. Nur wenige Menschen auf der Welt haben all diese Gaben. Aber tatsächlich braucht man keinen davon. So. Gut, weiter im Programm. Das ist ein Treffer. Der ist mir weg. Ach, na bitte, jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. So, dann gehen wir in Deckung. Dann gehen wir in Deckung, dass du bei mir spawnen kannst. Dann brauchen wir nicht mehr... Ah ja, dann brauchen wir nicht mehr allein herumärgern, weil das ist ja ziemlich eine zache Geschichte, glaube ich. So, die Alarme sind weg. Mal schauen, wie es mich gefreut. Nein, bei mir eh nicht. Ja, das ist natürlich eine andere Geschichte. Das, was man plant und was dann rauskommt, sind immer so andere Sachen. Moment, dann machen wir zu, machen wir zu, machen wir zu. Fast. Ja, das ist ja nervig. Jetzt sehe ich den Typen da hinten, nicht? Heute hat es gekriegt, ja. Ja. Gegner getroffen. Ja. Ist mir aber egal gewesen, weil wir einfach einen total gemütlichen Tag gemacht. Aha, was hast du denn schönes getan? Nix, wir waren daheim. Mit dem Buben gespült, ein bisschen Fernsehen geschaut. Gespült, gespült, gespült. Ah, schön. Ja. Cool. Ja, muss ja einer, der mal vorgesehen, oder? Genau, süßes. Ah, scheiße. Verdammt, 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 verdammt. Die wissen, dass wir hier sind. Vorsicht. Ich bin gut aufgeflogen. Dann müsste ich mich noch da drinnen spielen. Ich will nur Spüleißer. Oh, jetzt passt es. Oh. Hast du schon beigetreten? Nein, noch nicht. Sehr gehe. Nein, ich habe Spügel gestartet, warte ein wenig. Ja. Schaut ja nicht gut aus. Ich glaube, das ist ja schon wieder gelaufen. Ah, verdammt. Ich muss einmal den Mörser weggeschissen, auf jeden Fall. Aber das war mir wichtig. Ich habe es hier gefunden, ob ich noch nicht. Mann, Mann, Mann. Ist das Stufe 20? Keine Ahnung. Kannst du nicht sagen. Kannst du das nicht sagen. Ich bin jetzt hoch. Ich rief den Sack nicht. Oh, Mörser, genau sind wir. Oh, wir haben gespottet. Oh, wir haben gespottet. Oh, wir haben gespottet. Oh, jetzt kommt voraussich einer. Oh, jetzt kommt das Fahrzeug auch noch. Jetzt haben sie den eigenen Leute weggemörsert. Mhm. Ja, 1-2-3-Tests. Hört man beim E-Stream. Das muss ich jetzt immer kontrollieren, aber das müsste so passen. Normalerweise schon. Das haut einer für sich recht gut hin. Ja, ich hab schon mal das gehabt, hab ich es angehalten und hab mich trotzdem mitgebracht. Ja, boah. Das ist super. Oh, oh, oh. Mörser! Los, los, los! So, im Spiel verfügbar beitreten. Ja, du. Es geht grad vor dem Gefecht alles. Wo ist denn da eine? Zivilist getötet. Tschuldigung. Entschuldigung. Oh, es bin tot. Es bin tot. Es bin tot. Es bin tot. Ja, genau wo ist geboren. Oh, weh, weh, weh. Ja, du kannst dich killen lassen, auch wenn du willst, weil dann... Probieren wir es mal frisch. Ja, bin nicht nur im Laderbildschirm, aber... Ich hätte grad zwei grad gespunnt, also... Oh, du wimmelst jetzt von Gegenden. Oh, weh, weh. Oh, du lebst. Ah, boah, da geht's zu. Bist du teppert. Ja, lass dich killen. Ist gescheiter. Schau da dann. Ja, ich hab mal daneben geschossen. Ja, ich hab mal daneben geschossen. Also, diese Sniper weggeschossen, da muss man wirklich... Das muss sitzen, weil sonst... Sonst gehörst du eine Katze da. Ja. Aber wir können auch was anderes wissen. Also, wir müssen nicht diese Mission da spielen. Ja, nein, weil ich kann die Miss-Türz fast nicht spielen, weil ich da noch gar... Gar nicht. So, wenn wir auf keinen schauen. Wir können ja auch mal die... Ähm... Also, was gezeigt haben wir da jetzt an... Also, wie gesagt, da drin ist eben so ein... Oh, da ist ja Kingslayer, der ich übrigens sehe gerade. Ja, dann hol er die noch. Nein, das ist oben. Bei einem Sniperblatt, so ist die oben. Ja, das scheinen wir verpackt. Genau, da war ich... Ah, da war ich scheinbar schon mal. Das ist ja Stufe 4 Gebiet, muss ich... Bitte? Stufe 4 Gebiet ist das. Ah, ich bin gerade in Agua Verde. Da muss ich weiter, da. Agua Verde, wo ist denn das? Also, gleich rechts daneben. Die große. Zwei Stufe. Zwei Stufe. Zwei Stufe. Ach so, die zweite... Also, okay, ja. Ja, da hätte wären ein paar Sachen, wenn es wäre. Das wäre mir egal. Ich bin der Meinung, das habe ich schon alles gemacht. Also, wahrscheinlich würde ich jetzt deine Sachen auch sehen. Nein, normalerweise siehst du nur deinen Spielstand auf der Karte. Was darf ich denn sagen? Na ja, was soll ich sagen? Ich wäre sicher, dass ich diese ganzen Nebeneinsätze da alle schon gemacht habe auf der Karte. Ja, die Nebeneinsätze spawnen ja wieder. Ja. Ja. Also, die Grünen. Die kommen immer wieder. Ah ja. Ja, dann suchst du einfach was aus, was wir machen sollen. Ist auch egal. Ja, passt. Dann machen wir es so. Warte einmal. Dann sparen wir jetzt um mich nach Agua Verde. Und zwar links. Du einfach. Und ich sehe dir, wo du bist. Okay, passt. Ich kann dir eh noch leichter nachlaufen. Hm. Da habe ich wieder Masseffekt und Trommel. Der Neichtl zuckt. Ich weiß es mir praktisch nicht. Ja, das ist, das ist bei Filch virtuell kommt mir vor. Ich habe jetzt wieder einmal in Field 4 eingelegt. Ich muss sagen, es hat mir auch wieder Spaß gemacht. Okay. So, jetzt schaue ich gerade. Da war jetzt nämlich gleich einmal ein Waffenteil. Das ist Michi, die wir schon länger holen. Kürzer Lauf. Ja, Waffenteile habe ich da schon alle. In dem Gebiet da. Also, ich habe schon alles bis auf diese, ähm. Im Prinzip habe ich schon alles da. Aha. Äh, Hubschrauber. Steht da Hubschrauber oder so. Kannst du schon einen abwerfen auch? Nein, also ich glaube nicht. Warte mal, ich schaue einmal nach. Äh. Ich habe noch ein Fazit abgeführt. Ah, ich kann auch nicht. Ich habe auch noch ein Fazit abgeführt. Da warte einmal, das ist nicht zu weit weg. Warte. Na, Kokaine. Ach Quatsch. Ich habe mit dem Boot direkt umgefahren. Was ist das mit dir? Ah, da hätte ich auch noch was ich da nicht. Ach was. Und inoffiziell? Links leert um zwei Mal. Aber nur aus Neugier. Moment. Zweimal um rauszufinden wie es ist. Ja man. Das erste Mal war ich zufällig. Ich muss meine Mission deaktivieren. Da vorne wo mein Boot rum ist auch. Da. Kann ich gar nicht. Wo bist denn du? Hä? Wo ist wo? Da. Na nicht Passagier. Na nicht Passagier. Na nicht Passagier. Da habe ich halt ein markiert. Da fahren wir da einmal in. Möhrlich. So die Folge kommen wir da ein bisschen zu. Ja. Irgendwie wo Fösen da oder so. Also ich sehe schon die Insel da gell. Was kommen wir da hoffen? Oh das ist eine Unität. Die. Ja. Such da mal einen Punkt. Wo da mit der Tonne nochmal geht. Tolloc. Alles sind die wohl da. Das ist eine Nummer Kürt. Doch die sind an mir mal kaputt da. So wie viel da die Maaf kommt. Ach klar. Ich muss immer hier ausgefangen. Wie vielleicht. Ah, komm! Jetzt zeigt er mir einen an, ich drücke und er tut nichts. Ah, jetzt schau. Uah, da passt er hinten, ich glaube, falsch. Es ist immer ein wenig Schaß mit den Fösen da. Da sieht es gut aus, oder? Ah, da kommt es während, da schau. Außen ist ein scheiß Wider und im Weidlens ist ein scheiß Wider. Ja. Es passt. Peter passt sie an. Mhm. Da gehen wir auf Einzelschüsse umgesteckt. Was haben wir denn da zu tun? Ist das eine Mission oder ist das noch was zum finden? Nein, es ist nur die Kingsley-Ratei. Das sind nur die drei Gegner da oder vier. So, das ist eigentlich, ja, weißt schon, ja, warte einmal, die sind zu dritt. Die sind zu viert eigentlich. Eine Granade oder eine Urba? Oh, da kommt doch noch einer. Ja, aber ich muss da aufpassen, wenn die Uni da hat. Die sind zu klein in der Nähe. Aber wir können die auch stehen lassen und die schleichen wir hinten ins Haus rein und dann reißen wir wieder an. Ja, passt, warte, dann gehe ich aber auf Position, dass er eine Deckung geben kann, falls ihm was faul ist. Ja. Jetzt haben wir die Typen mal im Visier, ja. Ja, passt. Ich habe schon eine Datei. Passt. Wann wer ist ein Beschuss kommt, wir anfordern dorthin. Äh, was ist das Ramazamba? Gut, passt, oder? Nein. So, jetzt habe ich gleich auf der Karte, was das nächste ist. Einsätze, was haben wir denn da? Das Casino. Was nächstes machen? Du markierst, was du willst, ich habe da schon alles gemacht. Ja. Ein Spielautomaten, ok. Wo ist das? Ist das ja 3,2 Kilometer? Das ist ein wenig weg, ja. Lassen wir runter. Also gehen wir wieder so ein Boot runter, oder? Äh, auch. Da ein Boot wieder runter. Gehen wir da mal ein Boot runter? Ja, glaub schon. Glaub schon. Ja, es ist Fenster wie in einem Punkt, Punkt, Punkt. Ja, Nachtsicht hat man ja. Aber bei mir geht es eigentlich. Ja, ey. Woohne Nachtsicht ist schon fertig. Ja. Letztens ist es mir passiert. So wie jetzt. Oder? Nein, du sollst sagen nicht. Da sind so ein Felsendoch drinnen hängen, weißt du. Ja, jetzt kann ich flug kommen, ja. Ah, steig ich nicht da, komm. Wollte nicht mehr rauszukommen. Habe ich sparen müssen. Ja. Ich bin schon weit weg. Ja, ich glaub drei Kilometer, ja. Das Wied ist ja schon großartig aus. Ja, ja. Ich will gerade sagen. Auf die Nacht bei Regen und Gewitter schon aus dem Geizeln aus. Das ist gut. So, was gibt es da woffentlich? Ah, warte mal. Ja, das gibt's glaube ich auch. Nein, die Mission war das. Das Casino-Mission, ja. Ja, genau. Casino-Mission. Ich will schauen, wie weit er so dazugefahren kann. Heute muss ich außenrum herumfahren. Heute. Boah, das ist ein Gegner, ja. Ja. Na, jetzt krieg ich einen Schluck auf jetzt. Ja, jetzt sind wir am richtigen Weg. Das wir können, dass wir an der Wasserseite nicht hier arbeiten. Oder von vorn, wie ihr wisst. Na, von Wasserseiten werden wir schon da. Und darauf an, wie sich die Gegnerdichte ausschaut. Da ist die Frage. Oh. Oh, scheiße, 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 scheiße. Wie sieht's? Oh, wieder. Oben. War da jetzt schon einer in der Nähe, oder was? Ja. Ich hab noch ein Tango. Sie eintreten. Ah, da bin ich eh mal zugeschaut bei dieser Mission. Die Automaten schießen müssen. Ja, ich fahre mit der Drohne drüber. Ah, das ist eine Schwerfstation. Das ist eine Schwerfstation. Da vorne, beim Ding steht noch einer. Pass auf, da kommt einer rum. Da, komm mal raus, schießt an ihn. Ok, das ist alles gut. Ja, nehm. Ja, nehm schießt. Ich bin da, ich schütte die Leute, die liegen am Strand und am Liegestuhl. Ja, da haben wir auch etwas gesehen. Casino voraus. Nur Zerstörung und Lärm, Leute. Wir müssen niemanden töten, um das zu schaffen. Dann los, reißen wir in das Dach von der Bude. Da ist noch irgendetwas Orange bei mir, da haben wir alle markiert. Gehen mit der Bahn nochmal drüber zur Sicherheit. Gehen wir noch ein paar aus, das sind wohl Zivilisten. Ja, das ist im Haus. Gehen wir kurz aufs Dach aufschauen, dann holen wir einen Sniper. Ja, genau. Der Stang hat jetzt eben den Ruppen nach vorne. Also, jetzt kommt er zu dir, pass auf. Auf. Jawohl. Oh, gejagt? Irgendwer? Ja, ist jetzt da. Na gut. Jetzt ist das Zivilisten aufgeschöcht. Hast du den Leuten gelockt? Ja, das ist doch egal. Wir nehmen jetzt die auf, oder? Da unten ist es, und vielleicht. Weiß, wir hier Pref, Jochen. Da hat er ein Auto raus geschossen. Ne, da fahren wir die mal genau auf dem Ding weg. Hast du keinen Schwelldämpfer drauf oder ist das nur ein Bug mässig? Ja, ich hab einen Schwelldämpfer drauf. Okay, das hab ich den Kissen auch schon gehabt. Zuerst laut mir. Ja, das ist ein wenig ein Bug. Gut, ich komm zu mir aufs Dach rauf. Dach? Ja, ich komm zu mir. Ja, passt schon. Erster Down. Nein, das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts. Das war jetzt nichts. Oh! Ah, hübsch, 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 hübsch. Hübsch, 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 hübsch. Da komm ich, da komm ich noch. Oh, ey, da. Das ist mir jetzt so, das ist ja furchtbar. Das steht, die werden jetzt drinnen im Hause sein, ja. Gehen wir mal runter. Hier sind schon ein paar Automaten von hier oben. Backe. Ich weiß nicht, dass er jetzt zu stück ist. Der wird schnell, da. Zehn, schau ein. Sehr schnell. Ja, denke ich mir, dass da noch ein Laufou einsteht. Der Tango ist zehn. Dauert ist one sole. Da ist nix mehr rum. Saiba. Alles paletti? Ich glaube, da sind wir noch mal Zivilisten da. So, und jetzt müssen wir die Automaten zerstören, oder was? Genau, alle. Da aufpassen, weil manche sind auf der Rückseite. Das wirkt mir da nicht gescheit. Da kann ich da nicht sein, ne? 42 Stück. Oh, boah. Überlebt man den Absturz. Die Spieltische muss man auch zerstören. Danke. So, vier Stück sind es noch. Drei. Da hinten stehen noch zwei Automaten. Jetzt haben wir es. Bitte. Sehr schön. Fürfen wir jetzt in den Raum. Wieso ist der Tisch am Arsch? So, da. Was ist die nächste? Mach hier was. Ja. Ja. Ähm. Der Politiker. Der Südermalsch der Leute. Das Ressort war nicht so wertweg. Ja. 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 Du bist da. Ja. 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 Sikario, es wurscht. Vier Fertigkeitenpunkte. Jetzt siehst du, die muss ich dann auch noch einsetzen. So, jetzt haben wir Eckert, oder? Was müssen wir da erreichen, den Parkplatz, das was weiß. Ah, ist das nicht das, was ich das verteidigt hab jetzt einmal, oder so? Äh, das kann nicht sein. Jetzt, wenn ich Punkte, dass ich das mache, da. Ich schalte mein Radio aus, ich duleleih. Das ist schon nervig, diese permanente Beschallung da. Ah, das ist das, ja, das ist eine coole Mission. Sehr schön, jetzt mal rein ich kommen. Da habe ich schon mal einen Gegner, oder? Ah, die haben wir... Die haben einen... ...Dronenstörer. Ein Dronenstörer weiß ich wo ich jetzt, warte mal nicht, den hole ich mir. Ja, hole ich den. Er steht da links, ich weiß nicht, wie er rauf gekommen. Ich weiß nicht, da wäre noch einen Störer. Hier ist dein Sicario. Ah, da oben ist der, oder? Dronenstörer ist da oben, links. Ah, da ist noch nie Vorsicht, Sicario mit einer Maschinenpistole, dicht beim Drohnenstörgerät Hier können eine kleine Gruppe Freunde, Gegner getroffen Meine Drohnenstörer habe ich gleich Ja Ich glaube, der Gegner noch ist hier irgendwo Hey, wir haben einen Narco Sag mir wo, der Parkplatz Da kann ich irgendwo ausschalten, nein, da ist ein Hebel Jawohl Ich müsste gehen Ah, jetzt gehört er sich genau, wo ich schieße Die Drohnenmäßig funktionieren Abschuss bestätigt Geschafft, alle noch Gas Schade 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 Three Schade 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 weg was schießt wegschießen kannst der wagen hat einen alarm Hmm, ich weiß, dass wir heute markiert haben. Du hast mich zu dir mit. Ich sehe, du bist du über ein Ding auf. Ich weiß, du kommst nicht auf den Arten, du drüber. Ja, ich bin da drüber auf, du drüber. Schau mal. Oh, es geht gut auf. Es sieht cool aus. Mhm. Wird doch gerade, ne? Ah, Zivilist. Der ist jetzt versteckt im Kornelrauschwissen. Achtung, Marco mit Maschinenpistole. Beim Gebäude. Ziel Nummer 5. Ah, da ist noch einer. Wo kommt denn die jetzt her? Ja. Das ist schon wieder was Rater. Ja. 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 Das ist schon wieder umgezogen. Da schaust du auch schon wieder anders aus. Du weißt ja, du bist süß. Mach ich auch, finde ich. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden versehentlich töten. Ja, du weißt du auch. Was kommt jetzt her? Das kommt jetzt her um Deken, gell? Da steht ein wenig weiter vorhin. Vorher dann? Ist weg. Warte, wenn du es ein wenig weggergess, kriege ich den. Oder anders. Scheiße. Jetzt aber. Ja, Scheiß auf Zivilisten. Er ist so blöd gestanden, dass ich genau gegen den Fang geschossen habe. Ja, das geht mir auch. Meistens geht es mir in der Glander oder so. Es ist im Triff genau das Glander. Ja, ja, ja. Da unten sind zwei. Können wir die synchron machen? Schau. Machst du einen Einser. Okay. Mach ich den Zwar auch. Was? Drei. Zwar. Oh, der bewegt sich. Warte, warte, warte. Meine bewegt sich. Meine bewegt sich. Rechts. Warte. Pass auf. Rechts vor dir ist einer. Da ist was. Warte mal. Achso, der ist unter uns. Der ist unter uns. Entschuldige. Jetzt sind wir eingeschriegt. Der Busch. Ja, der ist hier. Warte mal. Den kann ich jetzt einfach so schießen. Weil der ist eh an einem. Äh. Fack, 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 fack. Das ist was gesehen. Du wirst jetzt einer den Einser machen und einer der was da unten steht beim Einser. Der hat da hinten nochmal einen. Der geht jetzt wieder zurück. Den Einser putzen. Der permis .. Derئyun getroffen. Deraaaah! Wat ist noch einer? Nö. mencion candidato? Groundшего Krähtippen. Das war's mit ihm. Was? Da hinten steht einer. Okay, die läuft es rein. Das ist bei einem anderen Gebäude drüben, glaube ich. Oder? Wollen wir? Wettet die Waffen unten. Wir wollen die Leute für uns gewinnen. Ja. Ah, das ist noch einer. Scheiße, scheiße. Wenn's das nicht ist, weiß ich's auch nicht. Da kommt Verstärkung, gell. Achso, du bist ja vierig gegangen. Ah, da bin ich über Segen, verdammt. Scheiße, scheiße, scheiße. Jetzt wird's gelaufen. Ja, das ist aber die normale Verstärkung gewesen, glaube ich, oder? Warte mal, ich muss mich da ein wenig verpissen jetzt. Pass auf, von links kommt einer. Also, Wii League kommt. Ah, ist gerade frei. Ja, ja, ich bin jetzt ein wenig hinten da. Bei mir ist es nämlich auch rot. Links von dir ist einer. Ah, da, ja. Ich bin jetzt fertig. Und dann muss ich mich mit dir richtig verholt. Ich bin jetzt schon ein wenig. Bis zum nächsten Mal. Und wenn's jemand hier drücke? Ich bin jetzt hier drin. Ich bin jetzt gleich dringend. Boah, das war knapp. Fuck! Ich hab mich verhindert, oder was? Aber du bist gespawnt, Gott sei Dank. Jo. Augen auf, zurück an die Arbeit. Ich hab jetzt nicht gekommen sehen. Wir ballern hier oben, nur um die VIPs zu erschrecken. Das geht jetzt ja aus. Neu, sie geht unten noch. Jetzt hat man es geschafft. Ernst. Eins hat fehlgeschlagen. Ja, wir waren nicht dort in dem Bereich. Scheiße. Scheiße. Ich merke, das ist jetzt so gut gegangen. Jo, falsch doch. Falscht doch. Scheiße. Ah, jetzt können wir da noch mehr rein, Irina. Ja. Ja. Äh, wo sind wir denn da jetzt? Ah, okay. Was können wir links gehen, Drohnenstörer, die liegen? Ah, jetzt haben wir da wohl die Fließstaube. Ohnenstörer, Mochi. Warte mal, da ist aber nur irgendwo einer. Aber ich glaub, der ist eher unten. Das ist ein Treffer. Das ist ein Treffer. Ey, Alter. Jetzt brich ihm ein Pfies. Was? Was ist denn jetzt? Ja, der ist da oben gesporn und bricht sie mit dirs. Gottverdammt. Der Drohne geht gleich. Also krass, der ist so mit einem Thread. Da hieß die Vier. Wir müssen gehen mit der Drohne. Ja. aufpassen wir wollen keine zivilisten das war's mit ihm der führer ganz hinten und dick ist der c4 ein dreck sagt weniger Da steht noch... Stufe 16 Megalore Das ist mit dem da vorne jetzt Oder steht schlecht? Wo sind? Wir müssen noch in Viere gehen, ne? Wo wieder? Rad waren da unten Ja Tch Hey, wir haben den Narkel beim Gebäude Tja ist C Hey Ich hab's gesehen, ja Weil ich es auch unbedingt probieren muss, gell? Na, na, na Ja, was den macht Man kann nicht ihn noch treffen Die Sliders sind Ah, ich hab mich durch die Mauer gesehen Findest du gar nicht? Du siehst nur auf mich Da oben steht auch noch einer Ja Rechts vor uns Rechts vor uns, rechts vor uns Nur einer Hopp mal Fuck, links vor uns in die Uhr Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das ist das? Nur einer Da kommt es irgendwo, oder? Kass auf, innen ist der. Ich hab längst, wenn wir uns... ...winter im Haus irgendwo. Bevor ist der unter uns? Da war auch ein Fertigkeitenpunkt. Als erster, bevor es den Parkplatz reinsteht. Ja. Das ist unter uns, ja. Wo steht der Wichser? Oh, wer wichst denn? Da oben. Boah. Im Moment, er bricht sie wieder. Im Moment 2 darüber gesprungen. So, ich war sonst zu weit da, glaube ich. Hm? Ich glaube, war es dann so weit. Naja, warte einmal. Irgendwo steht da noch einer. Irgendwo steht da noch so ein bisschen. Ja, scheiß drauf, ich ziehe jetzt noch aus. Oh, mal zu dir. Ich knechle mir keine Notwürfe. Die brauche ich jetzt aber. Warte mal, wenn ich andere knechle, will ich nicht mehr nehmen. Ja, dann tue ich auch keine. Nein, nein, nein. Sagst du's, wenn's geht? Ja, dann bin ich wirklich 36 wieder. So geht. Geht. Alles gut, alles gut. Auf Zivilisten. Wir wollen niemanden wie zu sehen nicht töten. Ah, den Kreis darf er nicht verlassen. Okay. Und dann? Auf die Schaffung, ich verstehe nicht. Das ist ein Kalb. Dann muss ich in der Natur nicht mehr liegen. Besteine die Schaffung. In Verletzungen. Ich kann nicht mehr hier liegen. Also schön was. fack 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 wo kommt das hier war einer ja bist du ja immer gut servus servus art ist so ruhig lautlos ja von hinten glaube da ist irgendetwas schießt das auf da hat ein fenster war betroffen wo er auf dem fenster wo wo ich lieg ach kann notwärts von drinnen jawohl er wird gepostet ein bisschen overpowered das merke ich am Anfang noch da eine Minute noch ist sauer ich hab's gewusst da wird ein problem da hinten da scheint eh nix mehr zu kommen ja verschreiben wir's nicht ja dann doch noch was witzig 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 ich witzig huh witzig um witzig in und Jawohl, und ich geh jetzt schon mal aufs WC. Jupp, ich bin gerne wieder da. Jupp, ich bin gerne wieder da. Jupp, ich bin gerne wieder da.